Du bist doch hinter etwas her. Ist es Rache? Geld? Oder etwas anderes? Du siehst gut aus. Ein bisschen heruntergekommen, aber gut. Ich hätte einen Job. Du Wahnsinnsgangster. Ich stehe eine Crew zusammen. Ich bin Fahrer und Flieger. Ich habe lange auf so eine Chance gewartet. Was denkst du? Ach, was hast du denn schon? Kannst du uns ein Schiff besorgen? Ja, ich kenne da einen. Er ist der beste Schmuggler in der Gegend. Ich habe da ein Gerücht über dich gehört. Ist das wahr? Einfach alles, was du über mich gehört hast, ist wahr. L3! Zerquetsch ihm nicht das Gesicht. Wer sind diese Typen? Wenn du mit uns kommst, wirst du dieses Leben für immer führen. Vielleicht schneidest du dich besser an, Baby. Da kommen sie! Ich gebe dir mal einen Tipp. Rechne damit, dass dich jeder betrübt. Und dann wirst du niemals enttäuscht sein. Ich habe da ein ganz großartiges Gefühl. Seit wann kannst du denn fliegen? Nein. 190 Jahre alt? Nein, das bleibt nicht. Hast du dich gut gehalten? Voll Energie! Nein. Das ist der beste Job. Tschui!